American Express Payback oder Payback Visa Flex Plus? Welche Payback-Kreditkarte ist besser? Payback-Punkte lassen sich unter anderem in Prämien, in Flugmeilen und auch in Geld umtauschen. Mit der richtigen Kreditkarte kannst Du bei Deinen täglichen Ausgaben Payback-Punkte sammeln und so bei jedem Einkauf Geld zurückverdienen. In diesem Video stellen wir Dir die American Express Payback und die Payback Visa Flex Plus Kreditkarte im Vergleich gegenüber. Mit ihnen sammelst Du bei jeder Zahlung und sogar auch bei Nicht-Payback-Partnern Punkte, bei Payback-Partnern bist Du doppelt so viele. Wir zeigen Dir die Vor- und Nachteile sowie die Konditionen beider Karten. Am Ende des Videos sagen wir Dir, ob die Amex- oder Visa-Payback-Karte die bessere für Dich ist. Bleib also bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich Willkommen bei GeldRat. Wenn Dir das Video gefällt, dann lass uns gern einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Legen wir los! Wie kann man die Payback-Punkte einlösen? Bevor wir Dir die beiden Kreditkarten vorstellen, zeigen wir Dir die 5 Arten, auf die Du die gesammelten Payback-Punkte einlösen kannst. 1. Bargeld auszahlen lassen Viele Payback-Punkte-Sammler wissen es gar nicht. Du kannst Deine Payback-Punkte gegen Geld eintauschen. 100 Payback-Punkte entsprechen dabei 1 Euro. Dabei musst Du nicht alle Deine Punkte einlösen, sondern Du wirst einfach, wie viele Du auszahlen lassen möchtest. Innerhalb von 2 Werktagen hast Du das Geld dann auf Deinem Girokonto. 2. Gegen Prämien tauschen Die bekannteste und verbreiteste Möglichkeit, aber bei weitem nicht die beste, ist die Einlösung der Punkte im Prämienshop. Hier findest Du viele Markenprodukte aus Kategorien wie Haushalt, Elektronik, Mode und weiteren. Mit dabei sind große Marken wie WMF, Adidas, Apple, Sony und viele weitere mehr. 3. Einkaufsgutscheine Wenn Du Deine Punkte nicht gegen Geld oder Prämien tauschen möchtest, kannst Du sie auch gegen Einkaufsgutscheine tauschen. Verfügbar sind Gutscheine von Douglas, Ikea, H&M, Thalia, Chibo, Adidas und vielen weiteren Shops mehr. Die Gutscheine sind auch als Geschenkgutscheine erhältlich. So kannst Du auch Freunden oder der Familie eine Freude machen. 4. Flugmeilen Wenn Du Vielflieger bist, dann ist dieser Punkt interessant für Dich. Payback-Punkte kannst Du nämlich 1 zu 1 in meisten Moormeilen der Star Alliance umwandeln. Damit kannst Du Freiflüge bei 40 Airlines weltweit buchen. Zum Beispiel bei Lufthansa, Austrian, Swiss, Thai Airways, Turkish Airlines, United und vielen weiteren mehr. Payback bietet Dir außerdem das Meilen-Abo, bei dem Deine Payback-Punkte einfach automatisch zweimal im Jahr in Prämienmeilen umgewandelt werden, wenn Du mindestens 200 Punkte gesammelt hast. Das ist besonders bequem, wenn Du Payback-Punkte sowieso nur für Flugmeilen sammelst. 5. Bezahlen beim Einkaufen Bei einigen der Payback-Partnern kannst Du auch mit Deinen gesammelten Punkten bezahlen. Das ist möglich bei Aral, DM Drogeriemarkt, Real, Apollo Optik, WMF, Thalia, Fressnapf, Depot, Dehner, Tegeschwendner, Jusk, Burger King, Telekom Shops, Haar Hotels, Holab, Linder Apotheken und Deine Apotheke. Mit Punkten zu bezahlen ist zwar praktisch und man hat das tolle Gefühl, den Einkauf gratis bekommen zu haben, aber es ist nicht sehr sinnvoll. Es ist natürlich lohnenswerter, mit der Payback-Kreditkarte zu bezahlen und dadurch neue zusätzliche Punkte zu sammeln, die Du dann mit einer der anderen vier Möglichkeiten eintauschst. Die Payback Visa Flex Plus und die Payback American Express Kreditkarte im Vergleich. Links zu den beiden Karten findest Du wie immer unter dem Video. 1. Jahresgebühren Die American Express Karte ist ohne Bedingungen kostenlos. Es fallen keine Jahresgebühren an. Dafür ist auch kein Mindestumsatz oder ähnliches nötig. Bei der Visa Flex Plus Kreditkarte zahlst Du im ersten Jahr keine Jahresgebühr. Ab dem zweiten Jahr werden 18 Euro jährlich berechnet. 2. Payback-Punkte Für beide Karten gilt, zahlst Du bei Payback-Partnern, erhältst Du zunächst die regulären Punkte, die Du auch mit einer einfachen Payback-Karte erhalten würdest. Du nimmst auch an den gleichen Punkteaktionen teil. Darüber hinaus erhältst Du aber zusätzliche Punkte für den Einsatz der Karte zur Zahlung. Damit erhöhst Du nicht nur die Punktzahl bei Payback-Partnern, sondern kannst so auch Punkte in Supermärkten, Geschäften, bei Fluggesellschaften, Restaurants und Dienstleistern sammeln, die keine Payback-Partner sind. Bei der American Express Karte erhältst Du für jede Zahlung einen Payback-Punkt je 2 Euro Umsatz. Bei der Visa Karte bekommst Du einen Payback-Punkt erst ab je 5 Euro Umsatz. Es müssen jeweils immer die vollen 2 bzw. 5 Euro Umsatz sein. Bezahlst Du also beispielsweise 9 Euro mit einer der Karten, erhältst Du bei der American Express Karte 4 extra Payback-Punkte, mit der Visa aber nur 1 Payback-Punkt. Bei der American Express Kreditkarte kannst Du auf Wunsch für 35 Euro jährlich noch Payback-Max dazu buchen. Dann bekommst Du je 1 Euro Umsatz einen Payback-Punkt, sodass Du bei dem 9 Euro Umsatz Beispiel 9 Punkte mit der Amex-Karte erhältst, während es nur 1 Payback-Punkt mit der Visa-Karte wären. Ein Vorteil, den Du mit beiden Kreditkarten gegenüber der normalen Payback-Karte hast, ist, dass nicht eingelöste Punkte nicht mehr nach 36 Monaten automatisch gelöscht werden. Nur, wenn Du 3 Jahre lang keine neuen Punkte mehr gesammelt hast, verfallen sie trotz der Kreditkarten. 3. Willkommensprämie Bei der American Express Karte erhältst Du derzeit eine Willkommensprämie von 3000 Payback-Punkten. Bei der Payback Visa Flex Plus Kreditkarte gibt es derzeit ein Startguthaben von 1000 Payback-Punkten. Die Willkommensprämien ändern sich von Zeit zu Zeit. Die aktuellen Payback-Punkte Startguthaben findest Du unter dem Video. 4. Geld abheben Mit der American Express Payback-Kreditkarte fallen beim Geld abheben Gebühren in Höhe von 4%, mindestens aber 5 Euro an. Das gilt sowohl im In- als auch im Ausland. Außerhalb der Eurozone fällt zudem eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 2% an. Bargeldabhebungen solltest Du daher vermeiden und besser eine Zweitkarte oder die Girocard Deiner Bank benutzen. Mit der Visa Flex Plus Payback-Kreditkarte ist das Geld abheben weltweit kostenlos. 5. Bezahlen im Ausland Für den Einsatz im Ausland ist die American Express Payback-Kreditkarte nicht so gut geeignet. Hier fallen in Ländern ohne den Euro als Währung 2% Fremdwährungsgebühren an. Bei der Visa Flex Plus Payback-Kreditkarte fallen beim Einsatz im Ausland keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. 6. Partnerkarte Zu der American Express Payback-Kreditkarte kannst Du eine Partnerkarte dazu bestellen. Auch hier fallen keine Jahresgebühren an und Du kannst mit Deiner Partnerin oder Deinem Partner gemeinsam Punkte sammeln. Bei der Visa Flex Plus ist derzeit keine Partnerkarte möglich. Du kannst also hier nicht gemeinsam mit einem Partner zusätzliche Payback-Punkte sammeln. 7. Kontaktlos und mobil bezahlen Mit der American Express Payback-Kreditkarte kannst Du kontaktlos bezahlen, bis zu 50 Euro ohne Unterschrift oder PIN. Auch mobiles Zahlen ist möglich, derzeit allerdings nur über Apple Pay und nicht über Google Pay. Auch mit der Visa Payback-Karte ist kontaktloses Bezahlen möglich und hier ist ebenfalls bei Beträgen bis zu 50 Euro keine PIN und Unterschrift nötig. Wie bei der Amex-Karte wird derzeit nur Apple Pay unterstützt. 8. Zahlungsziel Bei der American Express Payback-Karte handelt es sich um eine Charge-Karte. Das heißt, alle Zahlungen werden gesammelt und einmal im Monat abgerechnet. Die Abbuchung erfolgt dann bequem per Lastschrift vom Girokonto. So erhältst Du einen zinsfreien Kredit von bis zu einem Monat. Die Visa Flex Plus-Karte ist eine sogenannte Revolving-Karte. Sie ist mit einer Teilzahlungsfunktion ausgestattet, bei der monatlich nur 10% des offenen Saldos beglichen werden. Hier musst Du aufpassen, denn die Nutzung der Teilzahlung ist sehr teuer. Es fallen Sollzinsen in Höhe von 13,15% per annum an. Zinsfrei kannst Du die Karte zwar auch nutzen, allerdings geht das nicht bequem per Lastschrift. Du musst den monatlich aufgelaufenen Saldo schon auf die Karte überweisen, bevor Du die monatliche Abrechnung erhältst. Tipp für noch mehr Payback-Punkte Hinterlege Deine Payback-Kreditkarte von Visa oder American Express einfach bei Paypal. So sammelst Du auch bei Ebay-Käufen von Privat- oder bei Online-Händlern Payback-Punkte, die keine Kreditkarten unterstützen. Auch wenn Du Dir Geld von Freunden leihst und es per Paypal zurückzahlst, kannst Du Punkte sammeln. American Express oder Visa Flex Plus Welche Payback-Kreditkarte ist besser? Eines der wichtigsten Kriterien bei einer Cashback-Kreditkarte ist die Höhe der Rückzahlungen auf Deine Umsätze. Hier liegt die American Express-Karte deutlich vorn und ist unsere Empfehlung. Sie ist bedingungslos kostenlos und mit ihr erhältst Du auf Deine Kartenzahlungen mehr als doppelt so viele Payback-Punkte wie mit der Visa-Karte. Hinzu kommt der Vorteil, dass eine Partnerkarte kostenlos ist, sodass Du mit einem Partner gemeinsam Payback-Punkte auf einem Konto ansammeln kannst. Außerdem kannst Du die monatliche Abrechnung der Amex Payback-Karte ganz bequem per Lastschrift ausgleichen lassen. Hier fallen keine Sollzinsen an. Das Geld abheben solltest Du ebenso wie den Einsatz außerhalb der Eurozone vermeiden. Die Visa Flex Plus Payback-Kreditkarte kann sich als Ergänzung lohnen, wenn Du häufig in Ländern außerhalb der Eurozone unterwegs bist und trotzdem Payback-Punkte sammeln möchtest. Beachte aber, dass bei der Visa Flex Plus Karte ab dem zweiten Jahr eine Jahresgebühr von 18 Euro berechnet wird. Wir hoffen Dir hat das Video zu den Payback-Kreditkarten gefallen. Falls ja, würden wir uns sehr über einen Like von Dir freuen. Hast Du noch Fragen zu den Karten? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!